Let's Play Terraria Let's Play Terraria Let's Play Terraria Let's Play Terraria Ah ja, Kette. Vier Ketten. Für eine Sonnenlampe. Mal ein paar Glühwärmchen noch einsammeln, wo wir die schon mal in der Nähe haben. So. So. Mal das Ungeziefer beseitigen. So ist kurzzeitig. Hab ich das in Basteln? Vielleicht noch ein paar drinne? Ja, zum Beispiel vier Stück. Ich brauch mal noch vier weitere. Macht nix. Herz-Wagen-Gro. Ich nehm mal vier Stück. Mal gucken, wieviel wir davon herstellen können. Nein, da. Zehn. Äh, machen wir es mal so. Dann haben wir gleich vierzwanzig. Das bestimmt beim Amboss. Jo. Was ist das? Firefly in der Bottle. Genau, so. Äh, so. Und dann mal eine runde Quick-Stack. Achso, ich hab da alle mitgenommen, ja. Basteln. Eins. So. So. Und die ironischen Barren hab ich da auch hingetan. Cudi. So. So. Nein, so. Ups. Das wird schon ein bisschen ungezieht hier beseitigen. Gibt ja recht viel Kohle da. Das können wir immer mal gebrauchen. So, können wir ihn auch nochmal befragen. Alles klar. So, sie müssen doch mal ihr Haie anwerfen. Genau. Und damit heizt sie sich auch relativ schnell hoch. Gut. So viel Giraffe hier, das kann weg. Ähm, mal kurz hier so, ja, gut. So, ich wollte noch Lagerfeuer bauen. Dazu nehme ich mal, ähm, normales Holz. Erstmal will ich kurz nochmal so, ah ja, irgendeine Kiste, war das Beleuchtung? Möbel und Deko fuhr ich gerade nochmal, ne, da ist es nicht drinne. Ne Leuchtung? Joa, vier Stück, ah ja. Auch gut, hätte ich keine Bauern brauchen. Egal. So, haben wir jetzt nochmal nachgeguckt. Auch gut. So. So. Dann gehts mal in den Dschungel, wenn man lange genug Zeit verplämpert mit links und bumms und tralala. So. Äh, da bin ich nicht lang. Da dauert es, das kriegt mir zu weit weg hin. Ja, was auch immer. Puh. Da, da. Den nimmt man auch mit, den nimmt man auch mit. Ähm. Pff. Die Krise ist maximal 80. Ich war gerade irgendwie so im Zweifel, dass ich genug, dass ich Sterne voll hab, aber hab ich ja. Aua. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Erfolge bekommen dafür. Guten Morgen. Ähm. Ach so, das war so eine Stacheln. Ach so, ach ich wollte ja auch Bäume. Äh, sowohl Bäume sage ich schon. Weg machen. Abhauen. Ja ich darf vielleicht irgendwelche Plattformen lunchen. So, weiter im Text. Stacheln. Müsste doch eigentlich bald kommen oder sind wir schon dran vorbei? Ne sind wir nicht. Da haben wir es doch. Oh, ist schon bisschen was gewachsen. Habe hier irgendwas Holzsmütiges mit? Ne. So an die Seite schon packen die Lampen? Nein. Ah, Maus hack fest. Ja. Zwei. So vielleicht. So, ich wollte die setzen. Äh, packen wir mal eins so hin und eins so hin. Äh. Ja, nicht ganz symmetrisch oder doch? Egal. Völlig scheißegal. Äh. Wieso habe ich das jetzt abgebaut? Habe ich nicht. Ähm. So, jetzt nehme ich mal den mit. Öh. Åh. Waaah... Wenn sie ein bisschen weiter weg sind, außen sich fällt dann... Uaaah, kann man eh den Pfeiler, den Stacheln besser ausweichen, finde ich. So, wie auch immer. Oh, ich wollte Plattformen bauen. Bäumen, genau, bauen. So... T-tü-tü-tü... Da misse ich die nicht... Doch genau. Zwei, vier, sechs, genau. Eins, zwei, drei. Ach, das geht ja so nicht oder... Nee. Nein, wenn ich die runterkloppe mit dem Hammer. Geht es wahrscheinlich auch nicht. Nein, geht nicht. Gut, hat sich das mit dem Plattformen schon gleich mal erledigt. So. Jetzt haben wir noch mal das Holz hin, Aua, Aua, ist mal gut jetzt. So, da hatte ich gar nicht ein 2. Nein, ich muss da nicht ganz so schnell festhaken. Da hake ich doch dann festhaken wir es mal. Aua, 1 jeweils. Jetzt habe ich da noch mal so ein, naja, erstmal hier, 1, 2, Aua, ich mache das auch einfach mit Erde, also mit Schlamm. So. Man nervt, da geht hier, hier. Genau. Was geht hier denn ab? Haha. Ach, witz. So. So. Ich habe ein Firm. Soooo Was haben wir denn für 60 Stücken? Auaaa Meine Fresse Kann ich mich vielleicht einmal ein bisschen erholen hier So So Jetzt kommt eine Pflanze dazwischen Da rutsch ich mal kurz hier hin Soooo Ich glaube das ist auch schwer Wie den ganzen Viecher so lange Aaaa Aua Jetzt kann ich hinpacken Geh mal weg da Äh Egal Können wir gleich neu setzen Wo ist es denn jetzt hin? Da Da Vielleicht noch nicht wirklich weit gewachsen Ähm Ja Da oben habe ich es immer noch Guten Morgen Da oben Auaaa Nerficher Ganz viele Nerficher Das ist die siebenhundertste Hornes Das ist mein Mann So Jetzt vielleicht mal Klappt das vielleicht auch mal 10 Minuten sind wir schnell oben hinlern Weg da du Leuchte-Ding So Alles klar das haben wir Aua Mal gucken was alles runtergefallen ist hier Mal alles einsammeln Mal alles einsammeln Oh das haben wir schon Es hat sich da ein bisschen was angesammelt Jut So Direkt raus hier Kein Bock mehr Äh Jetzt wollte ich ja die Angel-Quest starten Doch haben wir ja auch gut Zeit Äh erstmal hier Quick-Stack-O-Mania Die sind voll Jellits, Jellits, Jellits Jellits, Jellits Komm weg damit Da haben wir bestimmt schon genug von Dann habe ich jetzt keinen Bock nachzugucken So Farbe machen Farbe machen Pudi angeln Da haben wir kein Angel-Zeugs So So jetzt aber Da hin So Die Tasche nicht halt zu voll werden Würmchen Dann nehmen wir den Apprentice Bait Mh 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 Irgendwas wollte ich da auch Crate-Potion Ja, können wir auch mitnehmen Zona-Potion nehme ich auch nochmal mit So werden wir sehen was uns denn geht Toll Und Ja, symbolisch nehme ich mal die Äh Flügel Die Fischflügel Passen irgendwie mir zum Angel-Quest zu machen Finde ich So Haben wir alles? Ich glaube ja, ne Köder haben wir Ja Ein paar Buffs Angel-Buffs Äh, nein Das will ich jetzt nicht benutzen Wo ist er denn hin? Da Dass der da mal runterläuft So, Quest Wie heißt der Fisch? Bunny Fisch Ah, ja So, die Tür wollte ich noch zu machen So Ja Warum gehe ich nicht einfach von unten rein? Ist der ganze Handy Und da sieht man es schon auf der Mini-Map So Oh, das ist es schon Das war's schon Aber ich habe ja noch den Crate-Potion Den nutze ich jetzt nochmal aus Und den Zona-Potion zum Spaß auch nochmal Nein Goldene Goldene Ui So So Wollen wir nochmal ein paar Minütchen Bis der Crate-Potion ausgelaufen ist In der Hoffnung noch ein paar schicke Kisten zu finden Gut Gut Geh weg Noch ein Goldene Nice Ein Eisen Und nichts abgerissen bisher Ich könnte trotzdem mal Na gut, der Wodequake Da reißt er ab Noch ein Goldene Noch ein Goldene Nicht abgerissen Barsch Drei Goldene Und nichts abgerissen von den Goldenen Und zwar Eisen Ja, das lohnt sich heute mal Geh weg Eisen Crate Ah Einer hat gerissen Das reisen ganz schön viele ab Aber auch dafür gibt es ein Item Geh weg C4-Fisch Den will ich nur mal gucken Noch haben wir den Crate Potion und noch einen goldenen, nice weg! Aua! Eisen! Barsch! Holz! Barsch! Toll, Barsche reißen nicht ab! Ah, ein Eisen abgerissen mal wieder. Da gibt es auch so eine reißfeste Angelschnur. Das ist nicht genau wie sie auf Englisch heißt, ist aber auch wurscht. So. Drei. So, hier ist noch bestimmt was. Ne, hab ich schon eingesammelt. So. Frog Leg. Wollte ich ja schon mal nehmen. So. Das ist das. Heartreach Potion. Und sonst? Greater Healing Potion? Aha, nice. Aha, das Deak ist auch schon voll. Falcon Blade. Äh, wo hab ich Wacht? Hier nicht. Hab ich ganz unten. Dann muss ich ja dann. Fangen wir die mal da hin und da hin. Gravitation Potion. Calming Potion. Ähm. Was macht der? Ah ja. Weniger Gegner. Auch ganz nett. Ah ja, da kommt das Pad. Muss ich das also austauschen? So, einsortieren weiter. Pads und Tiere. Packen wir ihn mal hier rein. Ja, haben wir schon zwei von. Ähm. Lesser Mana Potion. Ja, egal. Mitnehmen. Können wir gar nicht. Ah ja, weil wir das ganz unten haben. Können wir nicht alle. Ja, gut. Schmeiß ich den Überschuss weg. So, die Überschussteile. Tränke zwei. Tränke ein. Tränke zwei. Die Eins ist schon voll. Angeln. So. 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 Es ist Nacht geworden. Macht alles nichts. So. 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 Ich bin kurz gegen das Mikrofon gekommen.